Hallo zusammen, wir sind Reflekt. Reflekt ist journalistischer Widerstand. Wir kämpfen gegen Qualitätsverlust im Journalismus, wir kämpfen gegen Machtmissbrauch, Missstände und Intransparenz. Kredite der Credit Suisse trieben Mosambik in den Ruin. Wir waren die ersten Schweizer Journalisten, die vor Ort recherchiert und die Rolle der Grossbank beleuchtet haben. Wohnen in Schweizer Städten wird immer teurer. Wir haben vor Gericht Grundbuchinformationen erstritten und erstmals gezeigt, wer die meisten Häuser besitzt. Die Schweiz hat keine Ahnung, was mit Asylsuchenden passiert, die nach Eritrea zurückkehren. Wir haben erstmals Rückkehrer aufgespürt und gezeigt, dass sie gefährdet sind und zum Teil gefoltert werden. Mit mutigem, aufwendigem und fairem Journalismus schaffen wir Fakten. Unsere Arbeit ist mehrfach national und international ausgezeichnet worden. Und dank Kooperationen mit über 20 Medien haben unsere Geschichten 100'000 Menschen auf drei Kontinente erreicht. Aber jetzt kann auch das vorbei sein. Weil Ende Jahr Beiträge von Stiftungen auslaufen, ist die Zukunft von Reflekt gefährdet. Wir sind unabhängig und auf die Unterstützung von Einzelpersonen angewiesen. Darum müssen wir 650 neue Unterstützerinnen und Unterstützer finden, um weiterzumachen zu können. Darum starten wir das erste Reflekt Crowdfunding. Nur mit deiner Hilfe können wir weiter recherchieren. Es gibt noch viel zu tun. Mit deiner Unterstützung wollen wir weiterhin schon eines machen, die mutig ist und wirkig hat. Wir wollen uns Zeit nehmen, um uns richtige Themen zu vertiefen. Damit wir sie verstehen und sie euch dann einfach erklären können. Wir sind Open Source. Unsere Recherchergebnisse publizieren wir mit allen Quellen gratis auf unserer Webseite. Damit wir durchaus nachvollziehen, wie wir arbeiten und andere an unseren Recherchen anknüpfen können. Wir wollen mit spannenden Geschichten möglichst viele Leute erreichen. Mal mit Text. Mal mit Video. Mal mit Podcasts. Und wir wollen weiterhin für die Schweiz relevante Missstände aufdecken. Ganz egal, ob sie hier stattfinden oder irgendwo auf der Welt. Für all das brauchen wir dich. Mach mit beim Crowdfunding und investiere in investigativen, unabhängigen Qualitätsjournalismus. Danke für deine Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank.